hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist das spiel goodness prank chaos ich glaube ich hab das ja ich hab das schon mal gespielt ganz am anfang aber ich muss noch mal neu installieren weil das war ein spiel das lief ja alleine und ich hab's einfach mal runter geschmissen also ich sage mal bis gleich so und da sind wir wieder am melden noch mal schnell was runterladen es geht ja eigentlich ganz schnell soweit ich weiß war das das spiel mit einer figur ich habe mir eine figur ausgesucht und dann ist die figur alleine glaube ich los gesandt und hat gekämpft ich glaube das war das spiel oder posten ich sicher bin ich bin nicht mehr aber doch muss so gewesen sein goodness primark chaos so dann ist er gleich fertig facebook stefan red dog genau das bin ich ich glaube das war auch gewesen der hat mein charakter nicht gespeichert und ich musste zweimal von vorne anfangen ich weiß es nicht mehr genau ich hatte einmal den gespielt und beim zweit mal hatte ich den dann gespielt nehmt nimm blutmeister i'm destined to fight the very last something evil is stirring something evil is stirring will you and bob on this journey with me will you embark on this journey with me Nimm mal Blutmeisterfrau? Ne, ich bin Mann. Ich bin Mann. Nächster Schritt. Passt schon alles. Ich bin der Hutmacher. Von Alice im Wunderland. Gut. Huffau. Huffau. Hmm... 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 Accept the Moonlight's guidance and become a legend! Hmm... 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 Okay. Das war's. Level 3 geht automatisch. Okay. Haben wir ja gleich geschafft. So, dann werde ich den hier nochmal schnell besiegen. Seek. Okay. 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 So, jetzt klicken wir uns hier mal wieder durch, so wie bei den meisten Spielen am Anfang. Und danach vergesse ich wieder wie das Spiel geht, und dann habe ich wieder überlegen, hm, was musste ich da nochmal drücken. Accept the Moonlight's Guidance and become a legend. Nippie, Automatik geht. So. Hm, was mache ich jetzt? Zugucken? Okay. Ich werde mal schon entspannt, sowas zu gucken, oder sowas zu spielen. Dass die Person selbst kämpft. Bis sie zuschauen. Bei dem war es, glaube ich, immer. Ich habe immer das Epic-Teil gekriegt. Bis zu einem bestimmten Level. Und gesagt, das wird bestimmt immer so sein, dass du an Anfang nur das Epic-Teil kriegst. Damit man auch weiterspielt. Ah, nichts. Das war eine Münze. Das war eine Münze. Das war eine Münze. Accept the Moonlight's Guidance and be- ... 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 Dann müsste man ja auch gleich schon wieder fertig sein. Ah, da. Ich hab mich mal gespannt ob ich diesmal was gewinne. Oh, oh, oh. Morgen wird es, dass wir ein bisschen später kommen. Wie gestern auch. Gestern kann man ein bisschen spät, ziemlich spät. Gestern und vorgestern. Vorgestern war das. Vorgestern ganz spät. Gestern war es nur spät gewesen. Ich glaube um 22 Uhr. Heute ist es sehr früh. Aber ich denke, dass es morgen auch wieder sehr spät kommt. Weil ich fahr jetzt gleich weg. Und komm erst morgen wieder. Und die nächste Schlacht. Ah ne, warte. Egal. Eigentlich wollte ich gar keine Schlacht mehr machen. Ich wollte mir mein Ticket holen. Und ich hab ja noch 6... Nee, stimmt gar nicht. 4 Stunden und 30 Minuten. Oh, ich wurde getroffen. Gut, dass ich so ne harte Kante bin. Haha. Okay. Okay. Nix hier pick? Jaaa. Jetzt gehen wir nochmal die Quest ab. Okay. Letztes Mal. Das war glaube ich ganz am Anfang gewesen, wo ich das Spiel gespielt hatte. Ich glaube das war das dritte Spiel oder so. Und... Da hatte ich mich nicht über Facebook eingeloggt. Deswegen hat er glaube ich immer nur... Auch hinterher hinten. Deswegen habe ich... Musste ich glaube ich zwar mit dem neuen Charakter anfangen. Nein. Gut. Dann lade ich hier runter. Ich sag schonmal... Vielen Dank für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr überhaupt nicht so dabei seid. Und... Ich hoffe ihr hat den Spaß. Also bis dahin. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.